Moin zusammen, der Wimi hier mit einem neuen Video auf Deutsch und heute geht es um etherscan.io, genauer gesagt um den Token Approval Checker. Das ist das Gegenstück zu revoke.cash, falls ihr der Webseite nicht traut. Wo finden wir das Ganze jetzt auf etherscan? Dazu gehen wir hier oben rechts auf More und klicken dann auf Token Approvals Beta. Und hier seht ihr dann wieder das ähnliche Fenster wie schon bei revoke.cash, dass ihr einfach hier eure ETH oder ENS Adresse einfügen könnt. Ich habe das jetzt erstmal mit einer von meinen Adressen gemacht, das sieht man jetzt hier nicht, weil ich sie wieder rausgelöscht habe. Aber wenn ihr hier den Show Approvals Switch umschaltet, dann seht ihr schon, okay, hier sind auf jeden Fall Approvals drauf. Hier sieht man jetzt schon ganz gut, dass etherscan ein bisschen revoke.cash voraus ist, meiner Meinung nach, weil man sieht den Last Updated Timestamp, das ist sehr wichtig, wenn man gescannt worden ist und dann dementsprechend eine Approval, die man frisch gegeben hat, wieder zurücknehmen möchte. Und man sieht auch immer gut, was der Vertrag eigentlich ist, der der Approved Spender ist, also quasi der genehmigte Ausgeber. Hier habe ich immer für die LuxRare Token die LuxRare Featuring aktiviert und einmal für Wrapped Ether den alten OpenSea River Contract um das Ganze dann halt tauschen zu können. Könnte man aber entfernen, weil der Wrapped-Contract, wie gesagt, der läuft aus und der aktuelle ist der Conduit. Schauen wir dann auf den ESC-721-Reiter, sehen wir auch die NFT Approvals und wie schon im Revoke Cash Video gesagt, sollten sich hier eigentlich nur Marketplaces wiederfinden oder gewisse Staking-Optionen. Niemals eigentlich eine Random-Wallet-Adresse. Hier seht ihr schon, ich habe ja immer das OpenSea Conduit drin, das ist der neue, das aktuelle Seaport-Protokoll. Hier unten ist der LuxRare Transfer Manager drin, ist dann dementsprechend LuxRare. Der Ownable Delegate Proxy ist der alte Wyvern-Vertrag von OpenSea. Und hier unten ist nochmal der LuxRare Transfer Manager drin für Loopy Donuts einmal und einmal hier für die Hedglings, die dreimal insgesamt eine Approval haben. Schauen wir uns jetzt mal eine Wallet an, die Approvals offen hat, die nicht offen sein sollten. Und zwar, das ist diese hier. Wie ich gerade gesagt habe, sollte euch was auffallen, nämlich das hier. Diese Wallet ist hier viermal insgesamt aktiviert worden über vier verschiedene Collections. Und das ist immer ein ganz, ganz großes Zeichen, dass es sich hier um eine Scamming-Wallet handelt. Um das zu prüfen, könnt ihr die Adresse nochmal einmal anklicken. Und dann meistens findet ihr bei den Comments auf Etherscan Kommentare, dass es ein Scammer-Wallet ist. Aber hier sind jetzt keine hinterlegt. Wo man es aber ganz gut sehen kann, ist auch, wenn man auf die ESC-721-Tokens in so einer Wallet geht. Und dann sieht man halt, was hier so in und out geht. Dann sieht man schon, okay, es ist hier sehr viel Bewegung drin. Geht rein und geht direkt wieder raus, weil das natürlich dann dementsprechend umgeschlagen wird von den Scammern. So, nehmen wir jetzt mal an, ihr müsst so eine Genehmigung wieder rufen. Dann würdet ihr euch hier auf Connect2Web3 einfach mit eurer Wallet verbinden. Wenn ihr das getan habt, dann werden die Revoke-Knöpfe hier auch beschreibbar. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden für die Loopy Donuts zum Beispiel diese Berechtigung hier aufheben wollen, dann würden wir einfach auf Revoke klicken. Dann habt ihr bei Etherscan immer nochmal eine Bestätigung, welchen Token ihr aufheben wollt und was der Spender ist. Also der Spender wäre in diesem Fall der Luxray Transfer Manager und der Token ist der Loopy Donut Token. Kann man auch nochmal separat rauskopieren und nachgucken, wie man das möchte. Dann klickt ihr auf Revoke und dann poppt eure Metamask auf und sagt euch, hey, wollt ihr wirklich die Berechtigung zurückziehen? Also hier steht schon explizit Revoking Permission. Hier unten steht es aber auch nochmal im Detail, in dem Data-Tab. Da steht nämlich Function Set Approval for All wird auf False gesetzt. Also die Boolean-Variable wird dann auf False gesetzt. Das heißt, die gebende Adresse, der ihr die Berechtigung erteilt hattet, kann diese Tokens nicht mehr für euch ausgeben. Dann würdet ihr das Ganze mit Confirm bestätigen und dann wäre diese Berechtigung entfernt. Das war's für das erste Video für den Etherscan Token Approval Checker. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis bald.